Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst auch von meiner Seite. Ich begrüße natürlich auch alle, die am Telefon zuhören oder eben auch in der Live-Übertragung. Erstmal vielen Dank für Kevin, für die Lieder, die er ausgesucht hat. Wenn diese beiden Lieder oder die Aussagen dieser beiden Lieder das ist, was wir mitnehmen aus diesem Gottesdienst, dann haben wir schon viel erreicht. Bleibend ist deine treu. Wir wissen, dass Gott treu ist und der, der mein Herz regiert. Die Predigt habe ich überschrieben, Entscheidungen in Zeiten der Konfrontation. Wir haben heute den 2. August 2020 und das letzte halbe Jahr mit Corona, das hat unsere Welt, unser Leben da und dort ziemlich durcheinander gebracht. Wir merken, wir leben aktuell in einer veränderten Welt. Viele von uns, die haben ein Problem damit, mit Veränderungen. Ich bin da nicht ausgeschlossen. Bei mir ist es auch oft so. Wir sind Dinge gewöhnt. Wir haben Dinge verstanden. Wir wissen, wie wir Dinge anzuwenden haben. Das gibt uns Sicherheit. Aber wenn Veränderungen kommen, dann bricht diese Sicherheit weg. Auf einmal werden unsere Werte, unsere Strukturen, unsere Verhaltensweisen, auf einmal müssen wir uns ganz neu orientieren. Dieser Bibeltext aus dem Jakobusbrief hat mich beschäftigt in der persönlichen Stillezeit, eigentlich der Text von heute, aber auch das ganze Buch. Es hat mich angesprochen und ich wusste, weil ich diesen Termin hier habe, den werde ich als Grundlage meiner Predigt nehmen. Vielleicht zum Anfang, wer ist dieser Jakobus? Jakobus ist nicht einer von den Jüngern, einer von den Zwölf, sondern er ist ein Halbbruder Jesu. Das heißt, er ist nicht mit Jesus drei Jahre umhergezogen, auf Wanderschaft gewesen, sondern ist mit ihm aufgewachsen. Bis zu Jesu Tod und bis zu seiner Auferstehung bekommen wir nur recht wenig von ihm mit und von seiner Familie. Wir wissen nur, dass es ein sehr zwiespältiges Verhältnis war. Auf der einen Seite für die Familie, dass sie sagen, er legt sich immer mit den Pharisäern an. Auf der anderen Seite ist Jesus einer, der sehr, sehr populär ist. In den Evangelien lesen wir von seiner Familie oder von seinen Brüdern, dass sie ihm nicht glaubten. In Johannes 7, Vers 5 oder in Markus 3, Vers 21 heißt es sogar, seine Brüder oder seine Familie sagt, er ist verrückt. Erst nach der Himmelfahrt und nach der Auferstehung Jesu in der Apostelgeschichte heißt es auf einmal, dass die Brüder Jesu, dass sie sich mit zu den Aposteln hielten. Und es wird uns überliefert, dass Jakobus später etwa 20 Jahre Gemeindeleiter in der ersten Gemeinde war in Jerusalem. Auch in Apostelgeschichte 15 begegnet er uns nochmal, wo es um Konflikte geht in den Gemeinden beziehungsweise zwischen Juden und Heidenchristen und wo es sich zeigt, wie weise und wie ein Friedensstifter er ist. Auch er ist einer, der später dann auch als Märtyrer stirbt. Die Zeit der ersten Gemeinde ist bestimmt eine tolle Zeit gewesen. Die Gemeinden wuchsen, Menschen kamen zum Glauben, es wurden immer wieder neue Gemeinden gegründet. Vielleicht hatten die Menschen, die Christen damals große Visionen, wir brauchen mehr oder größere Gemeindehäuser, wir brauchen mehr Mitarbeiter, aber bereits in der ersten Gemeinde war es so, dass es da und dort auch schon Missstände gab. Missstände im sozialen Bereich bis hin in Missstände in der Gesellschaft. Es gab Reiche, es gab Arme, es gab Freie und es gab Sklaven. Und dann kommen plötzlich Schwierigkeiten von außen noch mit dazu. Verfolgung, Hungersnot, Märtyrertum, all das sind Dinge, wo diese Probleme, die ja schon vorhanden waren, auf einmal noch verstärkt wurden. Und ich denke, dass wahrscheinlich diese zugespitzte Situation Jakobus dazu veranlasst hat, diesen Brief zu schreiben, weil Gemeinden oder Gemeindemitglieder auf einmal gemerkt haben, ja, wir sind ratlos, wir haben Zweifel. Das sind Konflikte, die aufgekommen sind. Und Jakobus reagiert. Ich habe jetzt die Predigt mit diesem Abschnitt, den ich, der eben den Ben vorgelesen hat, in vier Teile unterteilt, um uns da heranzuführen. Der erste Punkt konfrontiert mit einer neuen Normalität. Der Begriff ist heute ganz aktuell geworden. Da hat sich was verändert, da wird und bleibt etwas, was vorher nicht so war. Und dieser Jakobus, der kommt direkt im ersten Vers schon auf den Punkt. Da sagt er, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Das heißt so viel wie, wenn euer Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Keine große Vorrede, kein Bedauern. Jakobus fängt nicht an und sagt, ihr habt es schwer. Jakobus geht am Anfang seines Briefes überhaupt nicht auf die Probleme und Schwierigkeiten ein, die von außen gekommen sind, weil für ihn ist es wichtig, dass das nicht im Mittelpunkt stehen soll, sondern der Umgang, wie wir damit umgehen, mit dieser Situation, was es mit uns macht. Und so sagt er weiter in dem Vers, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Da steht nichts von, freut euch, wenn ihr ein gutes, ein sorgenfreies Leben habt. Das ist doch die Belohnung für euer gutes Christsein. Zwei Begriffe tauchen in diesem Text auf, die mir sehr wichtig sind. Das ist einmal Anfechtung und das andere Versuchung. Eigentlich ist es das gleiche Wort aus dem Griechischen heraus. Das heißt Pairasmus, aber es hat eben doch ganz unterschiedliche Bedeutungen. Anfechtung heißt Prüfung, Erprobung in der Einrichtung. Das heißt zu Gott hin, wie wir später sehen werden. Es soll zu Vertrauen und zu Gehorsam führen. Das Wort, was eigentlich aus dem gleichen Stamm kommt, heißt Versuchung. Da geht es eher um Verlockung, um von Gott weg, um unseren eigenen Schwachpunkt. Jakobus zeigt, dass eben Anfechtungen mit uns und vor allen Dingen mit unserem Glauben etwas machen. Und er sagt dieser Gemeinde, es ist nicht so, dass Gott euch verlassen hat. Das sind Bewährungszeiten, die er jetzt erlebt. Und diese Bewährungszeiten haben auch ein Ziel. Wachstum, Reife, Vertrauen, Standhaftigkeit. Wir sollen sein wie ein Baum, fest verwurzelt. Eine andere Stelle habe ich dazu gefunden aus Kolosser 2, Vers 7. Dort heißt es, seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest. Lasst euch nicht abbringen, was euch gelehrt worden ist. Mit Ausdauer, mit Treue sollen wir Anfechtungen begegnen. Das wird nicht immer leicht sein. Erleben wir nicht auch Leid? Oder werden wir als Christen nicht von diesen Dingen auch nicht verschont? Sondern merken auch, dass das ein oder andere uns doch auch ans Herz geht? Jakobus spricht in dem weiteren Text auch von Vollkommenheit. Von Reife, von Tadellosigkeit. Das heißt aber nicht, dass es in unserem Glaubensleben perfekt laufen soll. Und alles gut sein soll. Sondern wichtig ist, dass unser Leben auch weiterhin auf Jesus ausgerichtet bleibt. Ich finde ein Beispiel aus der Natur oder von unseren Zimmerpflanzen sehr interessant. Da gibt es Pflanzen, die könnt ihr drehen und wenden, wie ihr wollt. Die könnt ihr hinstellen, wo ihr wollt. Und trotzdem werden sie sich immer wieder der Sonne zuwenden. Sie werden sich immer wieder verdrehen, egal was von außen auf sie einwirkt. Welch ein gutes Bild auch für uns Christen. Egal, wo wir hingestellt werden oder egal, wie die äußeren Veränderungen sind. Wir sollen uns immer wieder zu Jesus hinwenden und nicht den Kopf hängen lassen. Aber das ist eine Entscheidung, die wir selber treffen müssen. Wenn wir nicht wissen, wie wir das anstellen sollen, hat Jakobus in Vers 5 ein Rat. Dort heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Also wenn wir wissen wollen, wie wir Prüfungen begegnen, dann dürfen wir Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, der wird uns antworten, ohne uns Vorwürfe zu machen, mit welchen Problemen kommst du da zu mir. Jakobus sagt, bittet um Weisheit für unser Handeln, auch in schwieriger Zeit. Sind wir in schwierigen Zeiten die, die die Nähe Gottes suchen oder sind wir da so eher selbstbestimmt? Gott will uns Weisheit schenken. Damit meint er nicht Klugheit, sondern Durchblick. Das kann also auch bedeuten, dass das, was uns Gott zeigt, auch darauf reagiert, dass unsere festgefahrenen Wege korrigiert werden müssen, dass vielleicht unsere Werte, unsere Ansichten, die wir haben, in Frage gestellt werden, auch unser Egoismus und vielleicht fromme Phrasen. Diese heutige Normalität fordert uns heraus. Viele, aber nicht alle, allen wird bewusst, dass wir heute, in unserer heutigen Zeit, eine große Verantwortung tragen. Für uns und vor allem für andere. Die Corona-Zeit gibt und nimmt. Sie gibt mir etwas. Sie gibt mir Entschleunigung. Das Leben fährt herunter. Viele haben das erlebt. Höher, schneller, weiter hat Pause. Es gibt uns aber auch neue Erkenntnisse. Wir stellen auf einmal fest, dass es bestimmte Berufsgruppen gibt, im Verkauf, medizinisches Personal, Pflegekräfte, Kinderbetreuung, Reinigungskräfte, dass das auf einmal ganz wichtige Leute werden. Die sind oft schlecht bezahlt und bekommen auch oft schlechte oder wenig Wertschätzung. Wir stellen aber auch fest, wie wichtig die Frauen sind. Mancher hat erkannt, dass gerade in dieser Zeit die Frauen oft die Hauptlast von allem tragen. Sie müssen Familie, sie müssen Beruf unter einen Hut bekommen, sich daheim noch um den Mann kümmern, der vielleicht Homeoffice macht, müssen die Kinder mit Homeschooling noch versorgen. Also Frauen, die Erkenntnis, Frauen tragen die Hauptlast, ist auch eine wichtige Erkenntnis. Aber wir erkennen auch, dass ganz wichtige Artikel, die wir kennen, des täglichen Bedarfs, in Notzeiten auf einmal nicht mehr vorhanden sind. Haben wir das schon mal erlebt, vor leeren Regalen zu stehen? Viele von uns kennen dieses Bild gar nicht. Auch das eine neue Erkenntnis. Wir haben die Erkenntnis, wie es ist, zu Hause zu arbeiten. Mir selber ist es so gegangen, ich habe auch neun Wochen Homeoffice gemacht. Das heißt, allein, ohne Kollegen. Wir erkennen auf einmal, wie es ist, die eigenen Kinder zu unterrichten. Unsere Kinder sind aus dem Haus, wir waren davon weniger betroffen, aber ich weiß, dass es für viele auch gar nicht so einfach war. Corona gibt uns aber auch neue Chancen, um eingefahrene Wege zu verlassen. Manche werden ihren Lebenssinn korrigieren müssen. Arbeit, Freizeit, immer auf Tour, Leben am Limit, wird auf einmal ausgebremst. Wir merken, dass wir einander brauchen. Gerade in Notzeiten ist es oft so, da, wo man vielleicht seine Familie, seine Ehe vernachlässigt hat, in Notzeiten muss man wieder zusammenhalten und zusammenstehen. Vielleicht haben wir auch eine neue Sicht bekommen für einsame Menschen, für Alte, für Kranke und wie man ihnen helfen kann. Viele Menschen sind da meiner Meinung nach zu Helden geworden, haben telefoniert, Masken genäht, Gabenzaun bestückt, Einkaufs- und Nachbarschaftshilfe angeboten. Menschen sind aktiv geworden für andere. Auch, was eine neue Erkenntnis ist, viele Menschen sind in dieser Zeit offen geworden für das Evangelium. Die Verbreitung fand ja jetzt multimedial statt. Wir haben über die Medien oft mehr Menschen erreicht, als wir vorher vielleicht im Gottesdienst hatten. Das erinnerte mich so an die Zeit, als wir damals viele Flüchtlinge hatten, die nach Deutschland kamen und die auf einmal mit dem Evangelium erreicht worden sind, was in ihren Heimatländern nie möglich gewesen wäre. Corona gibt uns aber auch eine neue Verantwortung. Es wird uns auf einmal bewusst, dass unser Handeln und unsere Disziplin eben wichtig ist für mich, für meine Umgebung, für meine Gemeinde, für meine Stadt. Denn wir werden auch kritisch hinterfragt, wie geht ihr mit Corona um? Seid ihr auch so eine Freikirche, die demnächst zu einem Hotspot wird? Wir merken, jeder, der sich nicht an Regeln hält, gefährdet andere. Corona nimmt uns aber auch etwas. Das, was uns am meisten wehtun wird, ist Gemeinschaft und Nähe. Gottesdienste, wie wir sie bisher kennen, finden so nicht mehr statt. Corona nimmt mir Freiheiten, um mich und andere nicht zu gefährden. Corona kann die Gesundheit nehmen. Und wir wissen auch, dass viele, die selbst diese Krankheit überstanden haben, oft Folgeschäden davontragen. Für viele bedeutet Corona aber auch, die berufliche Existenz ist gefährdet. Viele Berufsgruppen sind ganz stark betroffen. Kulturschaffende können keine Konzerte, Lesungen oder andere Dinge tun. Manche müssen Kurzarbeit machen. Manche verlieren ihren Job. Mancher Lebenstraum ist in den letzten Wochen zerplatzt. Aber auch manche Dinge zerplatzen, wo wir uns irgendwelchen Illusionen hingegeben haben. Selbstsicherheit. Ich bin sicher, ich habe für alles gesorgt. Ich bin vorbereitet. Weg. Selbstherrlichkeit. Ich habe es drauf. Ich habe es geschafft. Es ist weg. Selbstverwirklichung. Ich habe alle meine Ziele erreicht. Spielt auf einmal keine Rolle mehr. Jakobus fordert uns auf, betet in festem Vertrauen, dass Gott etwas tut. Und Weisheit gibt, damit wir wissen, wie wir uns richtig verhalten sollen. Das kann natürlich auch da und dort zu schmerzhaften Einschnitten führen. Ich selbst habe es auch erlebt. Meine Eltern sind fast 90. Wir haben sie ein halbes Jahr nicht gesehen. Sie wohnen auch weiter weg. Und wir haben uns einfach das auch vorgenommen, sie auch zu schützen. Aber wir wissen, Gott hat bewahrt und Gott hat in dieser Zeit für sie gesorgt. Ein Gebet oder eine Gebetszeile in dieser Zeit ist mir hängen geblieben. Da sagte jemand, Herr, lehre uns einander nahe zu sein, ohne uns zu berühren. Aber diese Zeit, die wir jetzt erleben, soll keine Zeit der Gottesferne sein, sondern der Gottesnähe. Das ist eine Zeit, die uns stark machen soll, die uns zusammenschweißen soll, weil wir merken, wie abhängig wir doch von Gott sind. Wir sollen nicht zweifeln. Wir sollen erwarten, dass Gott hört, dass Gott handelt. Auch in unserem Leben. Mit dieser Gotteserwartung meine ich aber keine Proklamation, wo ich bereits Gott schon dafür danke, dass er alle meine Wünsche erfüllt, obwohl sie noch gar nicht eingetreten sind. Da habe ich oft eher den Eindruck, dass wir Gott unter Druck setzen wollen. Wahrer Glaube und wahres Vertrauen entsteht da, wo ich erwarte, dass Gott handelt, wie es für die Situation und für mein Leben am besten ist. Vertrauen ist kein Mechanismus. Kommen wir zum zweiten Punkt. Konfrontiert mit der eigenen Betroffenheit. Viele Menschen fühlen sich überhaupt nicht betroffen. Ich bin nicht verseucht. Was geht mich das an? Gleichgültigkeit und Ignoranz machen sich breit. Solche Menschen gab es damals wie heute. Jakobus greift hier in den Versen 9 bis 11 einfach exemplarisch ein Beispiel heraus, wie die Schwierigkeiten eben auch die Gemeinde oder Menschen in der Gemeinde auch unterschiedlich getroffen haben. Die Not, die jetzt kam von außen, hat die sozialen Unterschiede und Probleme noch verstärkt. Und dieser Jakobus hat für beide Seiten was zu sagen. Erstmal für die Betroffenen. Er sagt, in diesem Fall sind es ja die Armen, seid nicht entmutig. Auch wenn ihr wenig habt, auch wenn ihr alles verloren habt, ihr seid trotzdem bei Gott hoch angesehen. Ihr seid nicht unbedeutend. Gott weiß das. Behaltet euren Mut, denn ihr seid Kinder und zukünftige Erben. Aber Jakobus hat auch für die anderen was zu sagen, sogar in zwei Versen. In diesem Falle für die Reichen. Dort heißt es, auch wenn ihr reich seid und meint, die Schwierigkeiten sind an euch vorbeigegangen und können euch nichts anhaben, täuscht euch nicht. Verlasst euch nicht da drauf, denn es kann euch schnell und unbarmherzig treffen. Denn vor Gott zählt dein Reichtum und dein Ansehen nichts, wenn du nicht demütig und bescheiden damit umgehst. Eine andere Stelle dazu aus 1. Korinther 10, Vers 12 heißt es, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wie polarisiert Corona unsere Gesellschaft und unsere Gemeinde? Sie trifft ja die Menschen ganz unterschiedlich. Da sind auf der einen Seite Menschen, die unmittelbar betroffen sind von dieser Krankheit, sei es jetzt körperlich oder beruflich. Menschen, die schon vor der Krise in schwierigen Verhältnissen leben mussten und jetzt noch härter getroffen werden. Job weg, Wohnung zu klein, kein Geld für technische Ausstattung, Überforderung beim Homeschooling und Einsamkeit. Nehmen wir diese Nöte wahr? Aber es gibt eben auch die anderen, die so gar nicht betroffen sind oder nur gering. Alles läuft doch wie bisher. Wenn da nicht die Kinder wären, die jetzt jeden Tag zu Hause sind, die Bundesliga mit den Geisterspielen und das Mundschutz tragen beim Einkaufen. Und trotzdem fühlt sich jeder in dieser Zeit irgendwie als Opfer, obwohl die Unterschiede und die Beeinträchtigungen und die Härten riesig sind. Situationen können sich schnell verändern. Unsere Beziehung als Kinder Gottes bleibt ewig. Deswegen sollen wir unser Herz auch nicht an irgendeine vergängliche Normalität hängen. Alles, was Gott gibt, alle Gaben und Fähigkeiten sind Werkzeuge für unseren Dienst und keine Erhöhung über andere oder eine Auszeichnung für unser besonderes Wohlverhalten. Gott will mit uns ans Ziel kommen. Deswegen sagt Jakobus auch in Vers 12, Kommen wir zur anderen Seite. Punkt 3, konfrontiert mit einer alten Realität. Notzeiten und Schwierigkeiten offenbaren und verstärken oft Verhaltensweisen, die sonst so gar nicht zutage treten. Für uns Christen zeigt sich auf einmal, ist mein Glaube denn krisenfest und alltagstauglich? Wie schon im ersten Teil erwähnt, gab es die einen, die über sich hinausgewachsen sind. Gute Entscheidungen gefällt haben. Sie wurden zu Helden und sie wurden aktiv. Aber es gibt eben auch die andere Seite in uns. Dann, wenn wir anfangen, in den Ego-Modus umzuschalten. In der Not ist sich jeder der Nächste. Das ist eigentlich eine Abwandlung des biblischen Prinzips, Liebe deinen Nächsten. Haben wir gestern noch den amerikanischen Präsidenten belächelt, als er patriotisch von American First, also Amerika zuerst, sprach und das auch ungehemmt umsetzt, so stellen wir heute fest, dass wir in unserem Denken und in unseren Entscheidungen oft gar nicht besser sind. Ich zuerst. Das zeigt sich beim Einkaufen, wenn bestimmte Artikel kaum noch zu bekommen sind. Wir kennen das alle, Toilettenpapier, Mehl, Hefe. Was lade ich mir da in meinen Wagen rein? Oder wenn ich keine Maske tragen will oder keinen Abstand halten möchte. Der Schutz der anderen im Einzelhandel, in den Banken, in Krankenhäusern, bis hinein in den Verwandtenkreis, das schränkt ja meine persönliche Freiheit ein. Das ist ja schon zu viel verlangt, freiwillig zu Hause zu bleiben, obwohl in anderen Staaten, in anderen europäischen Staaten gab es ja sogar Ausgangssperren. Dann hört man oft die Aussagen. Ich kann das nicht. Ich bin nicht überzeugt. Ich bin ja nicht ansteckend. Ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Ich bin halt so. Ganz nüchtern betrachtet heißt das so viel wie, ich will das nicht. Die anderen sind mir egal. Wir sind gar nicht so toll, wie wir uns immer darstellen wollen. Und der Brief ging an Christen. Die Bibel ist voll von großen Gottesmännern, die auch Verlockungen, Versuchungen erlegen sind. In vielen Bereichen. Sei es, wenn es um Frauen ging, um Reichtum, um Ansehen, um den Besitz des anderen. Sie sind diesen Dingen zum Opfer gefallen. Weil ich zuerst. Wir werden geködert mit unseren Schwächen und fallen drauf rein. Wir sind nicht immun gegen Versuchungen durch unsere Begierden. Aus Lust und Gedanken, die wir zulassen, wird schließlich die Tat. Wir Christen müssen uns immer eins ganz klar machen. Wir sind zu allem fähig. Manchmal zweifle ich aber auch an sogenannten christlichem Denken. Da, wo unser Egoismus zu Lasten anderer geht. So finde ich die Reaktion von einigen wenigen Christen sehr verstörend. Wir sind Christen. Deshalb brauche ich mich nicht zu schützen. Wir bekommen dieses Corona gar nicht. Deswegen muss ich natürlich auch keine andere Person schützen. Da werden Hände geschüttelt, da wird sich weiter umarmt. Oder wenn Gottesdienste nicht mehr stattfinden, dann müssen wir uns erheben. Oder wir müssen in den Untergrund gehen. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Wenn man sich ernsthaft in diese Maßnahmen hält, wird man sogar gefragt, wie, haltet ihr euch etwa da dran? Gerade wenn es darum geht, uns zu erheben, denke ich immer an Jesu Wirken in der damaligen Zeit. Wie hat sich denn Jesus verhalten? Jesus hat gewirkt in einem Land, das besetzt war, aber von einer fremden Macht. Und was hat er getan? Jesus hat nicht zum Aufstand, zur Rebellion aufgerufen, sondern ihm waren die Menschen wichtig. Ihm war es wichtig, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen gerettet werden. Und was für Jesus viel wichtiger war als der große Feind, der was Böses will, war die Heuchelei der Frommen. Ich habe uns einen Artikel mitgebracht, den ich gerne nachher als Kopie euch weitergeben möchte. Wir dürfen das ja nicht auslegen. Deswegen, wer Interesse daran hat, dieser Artikel heißt Christen in Corona-Zeiten, was jetzt nicht unser Auftrag ist. Den dürfen wir weitergeben. Also, wer Interesse daran hat, es ist eine sehr gute Darstellung, wie wir uns als Christen verhalten sollen. Dann dürft ihr euch den gerne mit nachher abholen. Wenn wir heute als Christen manche Einschränkungen sehen und wir meinen, uns aber wirklich viel abverlangt, dann frage ich mich ernsthaft, wie soll das denn mal werden, wenn wir mal verfolgt werden? Wenn wir dauerhaft mit Leiden, mit Repressalien, mit Schwierigkeiten zu tun haben? Viele Christen in dieser Welt kennen das gar nicht anders. Für uns ist es jetzt mal eine neue Erfahrung. Was erwarten wir von Gott? Erwarten wir die Rückkehr in ein normales und komfortables Leben wie vor Corona? Einen Satz habe ich formuliert, der heißt, bitte, lieber Gott, mach meine kleine Welt wieder so schön wie früher. Es trifft unsere Denkweise. Wir haben oft eine sehr begrenzte Wahrnehmung und wir entscheiden uns auch dafür. Wir wollen überhaupt nicht über den Tellerrand schauen. Derzeit herrscht weltweit die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Nach aktuellen Schätzungen wird in 50 Ländern mit der stärksten Christenverfolgung, davon sind 260 Millionen Christen betroffen. Bei ihnen ist es so, dass sie in hohem oder in extremen Maß Verfolgung ausgesetzt sind, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Nehmen wir das wahr? Eine Statistik der Vereinten Nationen von 2019, die jetzt veröffentlicht worden ist, sagt, 80 Millionen Menschen in dieser Welt sind auf der Flucht. Das ist ungefähr ein Prozent der Weltbevölkerung. Hunger, Konflikte, Verfolgung, schwere Menschenrechtsverletzungen und mehr als die Hälfte der Menschen, die auf der Flucht sind, sind das innerhalb ihres eigenen Landes. Das sind Nöte. Wir erleben in unserem Land beschämende Wahrheiten, die uns nicht gefallen. Auf der einen Seite schimpfen wir viel auf Ausländer oder Flüchtlinge und auf einmal müssen wir feststellen, dass unsere Landwirtschaft, unsere Fleischindustrie ohne sie gar nicht mehr funktioniert. Unser Wohlstand, unsere günstigen Preise werden oft durch Dumpinglöhne, menschenverachtende Unterbringung und schlechte Arbeitsbedingungen erst möglich gemacht. Und ich war erstaunt, dass das auch in der Bibel nichts Neues ist. Wenn wir nämlich in den Jakobusbrief weiterlesen, in Kapitel 5, die Verse 4 und 5, dort heißt es, hört doch, hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die ihr um ihren Lohn betrogen habt. Gott, der Allmächtige, hat ihr Schreien gehört. Ihr habt eure Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Jetzt sind eure Herzen wohlgenährt und fett, bereit für den Schlachttag, den Tag des Gerichts. Schon damals gab es soziale Missstände und Gott konfrontierte uns auch heute damit. Ich finde es erschütternd, wenn es Diskussionen gibt, minderjährige, alleinreisende Kinder aus Flüchtlingslager nach Deutschland zu holen, dass das für uns ein großes Problem ist. Aber es ist für uns kein Problem, Tausende von billigen Arbeitskräften aus Osteuropa nach Deutschland zu bringen, wo wir Corona betroffen sind, damit bloß unser deutscher Spargel rechtzeitig geerntet wird und auf den Tisch kommt. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt und haben Angst, dass unsere Wirtschaft und unser Sozialsystem mit dem sogenannten unbegrenzten Zustrom von Flüchtlingen, das System nicht standhält. Aber in der Krise stellen wir auf einmal fest, dass es viele Wirtschaftsbereiche gibt, in denen Menschen ausgebeutet werden, schlechte Arbeitsbedingungen haben und die für unsere Versorgung immens wichtig sind. Wir stellen fest, dass 55 Prozent der Menschen, die im Reinigungsbereich arbeiten, 35 Prozent in der Lebensmittelherstellung und in der Logistik, dass das Menschen sind mit Migrationshintergrund. Die private Pflege, die Gesundheitssysteme drohen zusammenzubrechen, wenn einmal all die Ärzte und Pflegekräfte aus dem Ausland nicht mehr kommen würden. Es fällt uns schwer zu teilen, vor allem, wenn es um unseren Wohlstand geht. Es fällt uns schwer, uns verantwortlich zu fühlen für Ungerechtigkeit und Ausbeutung, wenn die einen, wir, immer reicher und die anderen immer ärmer werden. Wir wollen auch nicht akzeptieren, dass wir mit unserem Verhalten und mit unseren Wirtschaften oft auch die Ursache für Flucht sind. Wir haben nichts gegen diese Menschen, nein, sie sollen nur billig produzieren, unsere Waren kaufen, aber sollen bloß in ihren Ländern bleiben. Wir leben in einer polarisierten Gesellschaft und sind meiner Meinung nach meilenweit von einer Meinungsdiktatur und Gleichschaltung entfernt. Ungeprüft, grenzenlos und vielschichtige Informationsverbreitung ist heute über die sozialen Medien möglich und wird genutzt. Jeder, auch mit den abstrusesten Meinungen, kann sich heute Gehör verschaffen. Man will die Realität in unserem Land nicht sehen. Wir haben unabhängige Gerichte, die über Maßnahmen wachen und Korrekturen durchsetzen. Wir haben Politiker, die nüchtern an die Sache rangehen, bereit sind, Verantwortung zu tragen und unpopuläre Entscheidungen und Einschnitte zu beschließen. Mich hat es sehr überrascht, dass wir in einem Land leben, wo tatsächlich der größte Teil der Gesellschaft Disziplin aufgebracht hat und wir so durch diese erste Zeit von Corona gekommen sind. Es hat mich aber auch sehr betroffen gemacht, wie zugänglich Christen in dieser Zeit für Verschwörungstheorien und Irrlehren sind und sie sogar weiterleiten. Wo kommt das her? Es kommt her, weil es entspringt aus einer Verunsicherung und Kontrollverlust. Wir brauchen Erklärungen. Wir brauchen Gründe. Wir müssen wissen, warum das so ist, wem das nützt und wer schuld ist. Oft geht es dann um außergewöhnliches Wissen, was wir bekommen haben, besondere Erkenntnisse, irgendwelche Geheimnisse, die nur ganz wenigen offenbart sind. Diese Dinge sind ganz selten wirklich prüfbar. Da sind bestimmte Seiten im Internet, da sind bestimmte Fachleute, die sich zu Wort melden, Prediger und andere. Und wenn man ein bisschen tiefer hineinschaut, stellt man fest, oft ist es nur reine Selbstverherrlichung. Ich weiß was, ich bin was, ich kann was. Wichtigtuerei, Geschwätz und Geltungssucht. Das wird mir besonders da deutlich, wo auf einmal Leute innerhalb kürzester Zeit zu selbsternannten Fachleuten werden. Zu Virologen, zu Bibelforschern, die einfach denken, Ja, ich habe die Weisheit auf gut Deutsch mit Löffeln gefressen. Und sie finden Schuldige. Die Regierung ist schuld, die Mediziner sind schuld, die Pharmaindustrie ist schuld, alle sind schuld. Diese Verschwörungstheorien zerstören Vertrauen und bringen Ängste, weil sie alles in Frage stellen. Zwischen den Menschen, zur Obrigkeit, dem Gesundheitssystem, ja sogar zu Gott. Keiner will uns was Gutes. Gefahr von allen Seiten, das schürt Ängste. Zwei Fragen möchte ich uns stellen. Ist denn Ungehorsam und Ignoranz gegenüber Auflagen und Schutzmaßnahmen ein Glaubensbeweis oder ein Zeugnis für unsere Mitmenschen? Die zweite Frage, stehen meine Grundrechte der persönlichen Freiheit über den Schutz und der Rücksicht und Solidarität gegenüber meinen Mitmenschen? Gott hält uns den Spiegel vor. Er zeigt, wie wir wirklich sind. Er zeigt, wie viel alter Mensch noch in uns schlummert. Das kann manchmal sehr schmerzhaft und beschämend sein. Aber da sollen wir nicht stehen bleiben. Gottes Ziel ist es, uns zu verändern. Gott will keine Ängste schüren. Aber wir werden oft von dem eigenen Egoismus eingefangen. Geltungssucht, Überheblichkeit, Arroganz bestimmt unser Leben. Und nimmt uns gefangen, dass wir uns nur noch mit solchen wilden Theorien beschäftigen. Johannes 8, Vers 34 und 36 heißt es, Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Nur wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei davon. Kommen wir zum letzten Punkt, der Punkt 4. Auf die richtige Grundeinstellung kommt es an. Viele von uns arbeiten oder benutzen ein Navigationssystem im Auto. Und vielen von euch ist es vielleicht auch schon mal so gegangen, dass es auf einmal eine Tour gibt, wo ihr fahrt. Das Navigationssystem zeigt was ganz anderes an, wo ihr jetzt gerade am Fahren seid. Häufig kommt das dadurch, dass ihr vorher vielleicht in einem langen Tunnel wart oder ihr habt euer Auto in einem Parkhaus gehabt. Und es passiert Folgendes, dass das Navigationssystem so schnell gar keine Verbindung zum GPS, also zu diesem Positionsbestimmungssystem aufbauen kann, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis das Navigationssystem wieder eine stabile Verbindung hat und wirklich auch anzeigt, wo wir fahren. Manchmal ist dieses Problem noch komplizierter. Als ich jetzt bei meinen Eltern war, da musste ich auf einmal durch eine Straße fahren, die war besonders schmal und sogar ein Schild nur für Anlieger. Da dachte ich, wie kann das denn sein? Später hat er mich noch auf einen Umweg geschickt, obwohl es doch eine kürzere Route gab. Und statt auf die nächste Autobahn schickt er mich auf eine Landstraße. Die Frage, die dann auftaucht ist, ist mein Navi kaputt? Nein, das Problem ist, dass ich Entscheidungen getroffen habe für die Grundeinstellung, für die Parameter meines Navis. Wenn ich einstelle, schnellste Route, dann kann es sein, dass er mich durch den Ort schickt, obwohl es eine Umgehungsstraße gibt. Manchmal schickt er uns auf eine Autobahn, obwohl es nicht der kürzeste, aber die schnellste Route ist. Wenn ich einstelle, keine Mautkosten, dann umfährt er Brücken und Autobahnen, die etwas kosten. Das bedeutet aber, es ist auch eine längere Fahrzeit. Wir stellen fest, wir entscheiden selber, wie navigiert wird und brauchen uns manchmal nicht zu wundern. Welche Grundeinstellung habe ich zu Gott? Welche Grundeinstellung habe ich über mich selbst? Was sagt Jakobus in seinem Brief? Wenn wir die letzten zwei Verse lesen, Vers 17 heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Besser ausgedrückt heißt es, alles, was Gott uns gibt, ist gut und vollkommen. Er ändert sich nicht. Er ist der Schenkende und er hat nicht wie wir zwei Seiten. In Vers 18 heißt es, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Das sagt erstmal aus, es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, also durch die rettende Botschaft, ein neues Leben geschenkt hat. Wir sind am Anfang einer neuen Schöpfung. Welche Grundeinstellung habe ich über mich selbst? Naja, ganz gut. Gott könnte zufrieden sein, aber er soll sich nicht in so viele Entscheidungen meines Lebens einmischen. Dann bin ich zurückgegangen auf den ersten Vers des Jakobusbriefes, den wir häufig gerne überlesen, weil es ist so wie so eine Einleitungsfloskel. Da steht Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. In den neuen Übersetzungen steht meistens dann hier Diener oder ja, dem ich diene. Aber das eigentliche Wort, was im Griechischen hier steht, ist das Wort Doulos. Und dieses Wort kann Sklave und Leibeigener heißen. Das bekommt dann eine ganz andere Bedeutung als nur Knecht. Sklave bedeutet, ich habe nichts, was mir gehört. Zeit, Kraft, Gaben, Dienst, alles gehört dem Herrn. Ich rede und handle in seinem Sinn und nicht, wie es mir gerade passt. Wir stellen fest bei Jakobus, das hat 30 Jahre gebraucht. Er hat Jesus erlebt. Und trotzdem wissen wir, bis zu seinem Tod hatte Jakobus keine Beziehung zu Jesus, in dem Sinne, dass er ihn angenommen hat als Retter und Erlöser. Das kam erst danach. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir im Jakobusbrief auch viele praktische Hilfen finden, wie wir unser Leben leben sollen. Aber natürlich mit diesem Gedanken, dass wir einen Herrn haben. Da steht nämlich drin, dass wir gute Entscheidungen treffen sollen. Ich finde es interessant und möchte euch den Jakobusbrief wärmstens empfehlen. Lest ihn euch durch und ihr werdet einfach so vieles finden, was so zeigt, dass wir zwei Seiten haben in unserem Leben. Wir finden im Jakobusbrief aber auch ganz viel aus der Bergpredigt. Da geht es um Gesinnung. Da geht es darum, wie wir denken sollen und nicht um Gesetzlichkeit. Da geht es nicht um diese Hauptfrage, was es erlaubt oder welches Gesetz erfülle ich oder wie kann ich das gerade noch so umgehen, sondern da geht es immer darum, was dient dem Anderen. Da geht es um das Wohl des Anderen in meiner Umgebung, aber auch in der Welt. Das kann mir nicht egal sein. Das kann mir auch nicht egal sein, wenn Menschen verfolgt werden. Und da gibt es viele Möglichkeiten, da etwas zu tun. Es gibt Werke, die wir unterstützen können, die Evangelium verkünden, aber auch praktisch und sozial helfen. Auch sie erleben zurzeit große Beeinträchtigungen in der Corona-Zeit. Aber auch die verfolgten Christen sind oft davon betroffen. In den verschiedensten Ländern, da wo ihnen Arbeit und Lebensgrundlage verloren gegangen sind, gibt es verschiedenste Organisationen, die ihnen helfen, unter anderem eben Open Doors. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir ein christliches Leben führen oder ein Leben mit Christus? Das macht einen großen Unterschied. Ist Jesus unser Dienstleister oder unser Herr? Ist er der, der den Weg und unser Handeln bestimmt? Wer navigiert unser Leben? Wer trifft die Entscheidungen? Haben wir immer diesen Draht, diese stetige Verbindung nach oben, wie eben in dem Beispiel von einem Navi? Oder bin ich abgetaucht und führe mein Leben in so einem Tunnelblick? Eigentlich, die Verbindung nach oben interessiert mich nicht. Oder fahre ich durch Lebensstraßen, die umgeben sind von hohen Gebäuden, von Sorgen, von Zweifeln, von Schuld? Und der Kontakt zu Gott ist nicht mehr da. Zweifeln wir an Gottes Navigation in unserem Leben, wenn es mal schwierig ist? Ist Gott mal so und mal so? Gott, wo führst du mich hin? Dieser Weg kann nicht der richtige sein. Zu schmal, zu lang, zu schwer. Du hast dich bestimmt vertan. Und dann merken wir, dass wir uns entschieden haben, unsere eigenen Parameter einzustellen. Schnell zum Ziel, auf dem besten Weg und es darf nichts kosten. Lassen wir uns befreien von diesem Denken und Jesus wie der Herr in unserem Leben sein lassen. Er will uns verändern, er will unser Vertrauen stärken, er möchte uns zu reifen Christen machen, die vertrauen auch in schweren Zeiten. Auch wenn es jetzt hier auch im Gottesdienst nicht so geht, wie wir uns das wünschen, so haben wir doch Gottes Wort, das wir täglich lesen dürfen. Wir haben die Bibel. Gott kann auch durch die Bibel zu uns reden, jeden Tag neu. Und wir können überall beten. Auch das ist möglich. Wir können Gott loben. Nicht im Gesang hier, aber auch zu Hause. Wir dürfen Gott vertrauen. Wir dürfen um Weisheit bitten, dass er uns hilft, gute Entscheidungen zu treffen, aber auch persönliche Veränderungen anzunehmen, wenn ich merke, dass Gott mich verändern möchte. Dann kann ich auch wieder Lieder mitsingen, die so herausfordernde Texte haben. Zwei Lieder sind mir in der Vorbereitung eingefallen. Das eine, das ist eher so ein moderneres Lied, das ist ein Lobpreislied, das heißt. Das heißt, dir gehört mein Lob. Da gibt es eine Zeile, die uns schwerfällt. Da steht, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Nur dir gehört mein Lob. Können wir das singen? Können wir das annehmen für unser Leben? Das Abschlusslied, was ich mir gewünscht habe und was eine ähnliche Aussage hat, ist von guten Mächten wunderbar geborgen, von Dietrich Bonhoeffer. Die eine Strophe, auf die es mir ankommt, die war leider in der Aufzeichnung nicht dabei. Deswegen lese ich sie euch vor. Dort heißt es, Aber da hörte er nicht auf, sondern da eine nächste Strophe heißt. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann wollen wir das Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Das wünsche ich uns. Treffen wir gute Entscheidungen, im Vertrauen und mit Gottes Hilfe, egal was noch kommen mag. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Ja, Jesus Christus, du kennst unser Leben, du weißt um unsere zwei Seiten, die wir haben. Du weißt, dass wir auf der einen Seite gerne dir nachfolgen wollen, dass wir ja so leben wollen, wie du es uns vorgegeben hast, Herr. Aber du siehst auch unsere andere Seite, da wo das Alte, das Menschliche immer wieder durchkommt. Und du siehst auch, dass wir in der heutigen Zeit oft gefordert sind. Gefordert nicht nur auf uns zu schauen, sondern auch auf die anderen. Auf Menschen in unserer Umgebung, in unserer Gesellschaft, aber auch auf all die Menschen, die in Not leiden und gerade in dieser Zeit besonders angefochten sind. Ich möchte dich bitten, dass du unser Vertrauen stärkst. Dass wir nach Lösungen suchen bei dir und nicht nach menschlichem Denken. Dass du uns hilfst, gute Entscheidungen zu treffen. In dem, wie wir leben, in dem, wie wir uns ausrichten. Und dass wir da, wo wir den Blick auf dich verloren haben, uns wieder hinwenden und dich wieder Herr in unserem Leben sein lassen. So möchte ich dich bitten für all die, die zuhören, dass du ihr Herz erreichst. Dass sie sich aufmachen, dass sie ermutigt, gestärkt auch in diese Zeit gehen, auch in Zeiten, wo es uns vielleicht schwerer fällt. Dass wir ermutigt werden, für andere da zu sein, für andere einzustehen, auch anderen zu helfen. Herr, gib du uns Kraft, stärke du unser Vertrauen und hilf uns, dass wir uns dir ganz ausliefern. Amen.